hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge so lassen müssen wir runter wahrscheinlich ja wir müssen wieder raus die brücke finden das scheißhaus war voll firefly anhänger was hat der hier gemacht der hat bestimmt geschnüffelt das alte ferkel nahkampfwaffen verbessert nahkampfhandbuch verbesserte haltbarkeit von klingen werkzeugen hatte ich das nicht schon vielleicht habe ich damit eine chance ganz sicher dass du mir das zutraust naja ich würde auf jeden fall jetzt erstmal hier gucken gering gibt es hier was zu essen ok das hat sich schon mal gelohnt hier ist nur noch zeugs hier lass uns doch noch mal da vorne gucken ich dachte eigentlich da jetzt raus schwebt in der luft sollte man das machen spiel da nicht holi moly war doch klar dass ich hier lang laufen oder sehr schön haben wir jetzt hier wieder irgendwas 85 warte mal könnten den hier nochmal aufpassen mal hin hält er vielleicht ein bisschen länger warte mal könnte ich jetzt hier was mitnehmen dann noch nema und warte die wesen doch klingen siehst du gut dass ich nochmal zurückgegangen bin hier haben sie nix gar nix haben sie hier und nicht in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mache den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip? Nimm es hoch. Also gut. Du lindst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Hat die eigentlich... Was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Die hat später noch ein Zielfernrohr drauf. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle. Mist. Weiß es, der Boss? Wie lange hast du das gehört? Ich glaube, ich kann von ganz ruhig. Du wirst brennen, Arschloch. Mist. Naja, wir sind ja erst am Anfang hier. Ich dachte... Los, schau unten nach. Du wirst hier nicht rauskommen. Ist hier frei. Bin ich hier in dem Busch sicher oder nicht? Scheiße. Alter, wo kommt der denn jetzt her? Da schießt's ja irgendwo, Jaina. Da oben. Geht aus! Oh, verdammt! Me... Mech! Mal weiter, du, Ellie. In den Abkrabbeln! Oh! 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 Der lebt ja immer noch. Der lebt immer noch. Ich muss irgendwo hin, wo ich Deckung habe. Alter! Scheiße. Hey, außen rum. Gut gemacht. Ja, nur... Ah, ich glaube, keine Muni mehr. Oh, verdammt! Der lebt ja immer noch! Alter, der lebt ja immer noch! Ach, der hat eine Pigam-Kugel-sichere Westen an. Na, schlag doch als Erster zu! Ach, der lebt ja immer noch! Okay, ihr könnt kommen. Hier? Hier könnt kommen. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. So, dann gucken wir uns mal hier um. Überall wollen sie ihn an Leder. Wir können doch schon wieder was herstellen. Das brauchen wir auf alle Fälle. Und zack, ist das alles wieder alle. Muni alle. Unglaublich. Wie schnell das alles geht. Und ich verstehe immer noch nicht, oder ich verstehe es einfach nicht, warum die keinen Money dabei haben. Oh, was haben wir denn hier? Weißt du, die haben, ach Manni, äh, keine Money bei haben. Manni, ich komme auf Manni, auch wegen der Bank. Warum die keine Money bei haben, besser? Und das ist für mich der größte Kritikpunkt. Ich meine, ja, damit man nicht zu viel oder zu einfach ist, damit es ein bisschen schwer erhalten wird. Aber trotzdem, Freunde. Ich finde... Wie gesagt, sehr unlogische Sache. Okay, da müssen wir lang. Wir haben aber hier hinten noch was. Don Fiocci. Nehmen wir erst mal mit. Halt, hier war irgendwas. Sehr gut. Lecker, hier noch so ein Powerriegel, hier so ein Eiweißriegel. Für die Muskeln. Ne, ich fühle mich gleich viel stärker. Ich bräuchte immer was hier zum Zielen, hier zum Schießen, ne Schießhilfe. Lecker, ravioli, dosen ravioli, direkt aus der Büchse. Nächste Bescheid. Wo sind wir denn hier? Achso, hier war ja vorhin der Scharfschütze. Ja. Haben wir hier? Bürogebäude. So, der Rest ist voll. Na ja, ich weiß ja, wo es lang geht. Wir müssen da hinten lang. Oh, und die Richtung? Naja. Alles cool. Gut. Äh, wir haben soweit alles abgesucht. Dann können wir auch hier weiter. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ne, geht nicht. Hier kann ich noch... Ne, ist schon... Ne, halt noch nicht verbessert. Ich bin froh, wenn ich aus der Stadt wieder raus bin, Aido. Jetzt macht ein Ding, Ali. Ah, okay. Komm schon. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. Sehr gut. Short. Bruderling. Liebt Schrott. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt hilf mir doch mal hoch. Hilf mir mal damit. Hier. Ich hab ihn. Oh. Wie kann er denn? Ja, genau. Fahr rum hier. Danke schön. Oh, ja, eine Werkbank. Oh, ja, eine Werkbank. Noch ein paar Pilzen. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann mal los. So, lass mich mal... Lass mich mal... Ah, ich hab bloß 75. Das ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. Jawohl. So hab ich mir das vorgestellt. Alles klar. Da wir von den beiden jetzt noch die meiste Muni haben. Okay. Das hier fällt mir sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Freunde der Sonne, ich mach an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü